Hi Leute und willkommen zurück zu Diablo 2 Resurrected. Wir haben off-screen ein bisschen gelevelt, haben uns schon mal, ja, Helfer geholt und wollen jetzt langsam zum Boss gehen. Ich hoffe, das schaffen wir. Nicht, dass es uns wieder platt macht. Let's gooo. Ab zum Wegpunkt. Wir brauchen hier das Grab mit dem Dreieck. Ja. Wollen wir den Malaner mit. Guck mal wohl. Gucken wir mal, wo es ist. Oh, hier, Insekten. Yum, yum. Ist das Katzenflieger? Ja. Katzenkrieger. Ich kann nicht da ran suchen, schade. Ah, hier ist ein Halbmond. Gehen wir mal weiter. Das hast du schon gesehen nach da oben. Hier ist der Kreis. Ah, da passt noch nicht ganz. Das sind vier Käfer. Haben wir schon mal? Ja, da unten in dieser Käferbehausung, wo es so eng war. Achso. In diesen Tunneln. Das waren sie eng. Okay. Großer Zauber. Hast wir geklaut. Hier, guck mal, den Ring. Aber so toll ist er nicht, aber naja. Plus zwei zum Min-Schaden. Giftwiderstand plus sieben. Das läuft besser als ein Pro-Mana. Na dann. Zwei Min-Schaden ist ja... Ich mache ja jetzt mit meiner Waffe vier bis zehn, dann mache ich sechs bis zehn. Hm, okay. Das ist ja schon mal okay. Aktuell lohnt sich das noch, aber naja. Nicht sehr lange. Natur... Vielleicht am Morgenstern. Boah. Die haben wir daraus schlüpfen. Hier ist eine Rune unter dir. Oh. Nett. Du musst erst mal mit. Na klar. Jedenfall mitnehmen. So. Nee, das sind irgendwelche Pfeile nach unten. Na toll. Ich sehe schon, wir verlaufen uns. Und das hier ist... Ne, auch nicht. Eine Art Wurfstern. Wo haben wir eigentlich so einen blauen Schimmer unter uns teilweise? Oder unsere NPCs zumindest. Weiß ich nicht. Vielleicht haben die irgendwas aktiviert. Hier. Da ist es. Ab geht ins Grab. Ist halt zum Aufräumen. Ja. Oder wir werden aufgeräumt. Wenn wir den... Woa. Woa. Wow. Damage. Hallo? Ja, geht zurück, Mann. Kann ich da durchschließen? Das ist doch scheiße. Kann der mal aufhören, du dumm zu sein? Alter, ich sterbe zu schnell. Oh, wow. Ich hasse es, dass meine ganzen Fähigkeiten an irgendwelchen kleinen Kanten hängenbleiben. Das ist so richtig dumm. Ich hab ein Portal geöffnet. Ah, ich wollte dann nämlich das Portal. Der Portal... Richtig, ne? Warte, ich... Weil da ist Party. Ich muss mir wieder kurz Tränke kaufen. Ja, halte ich erstmal hoch. Du willst ja ordentlich was aus, aber... Ich bin nach drei Hits tot. Ah, das ist nefter auch, dass meine ganzen Sachen weg sind. Bist du schon durch? Ne, geh durch. Ja, ja, lauf doch! Ach, sie ist so doof. Sie ist unglaublich doof. Sie wird einfach nur gebodyblockt. Von den ganzen NPCs. Ach, Manu. Wozu klickt man überhaupt irgendwo hin? Ist es frei oder nicht? Oh, wo ist das neue Leiche? Da unten. Hast sie? Ne. Ich bin blind. Hab sie? Ne. Ey, was für eine scheiß Leiche? Zurück, zurück, zurück. Du musst zurück. Da oben. Hol sie dir schnell. Schnell holen. Mann, sie greift an. Das ist doch dumm. Ich kann auch fahren, alles wieder zu überleben. Boah. Stirb. Einfach, stirb. Boah. Boah, ich muss mein Gürtel erstmal voll machen, warte. Ich befürchte schon, wie das schlimm ist, dass der Boss uns platt macht. Ich bin da schon wieder mit gleich hier. Also hier ist es nur so schlimm, weil die Anzahl der Monster halt so hoch ist. Und wenn du hier in so einen Raum kommst und dann sind hier so viele auf einmal, man kommt gar nicht weg. Das ist halt das Einzige, was schlimm ist. Ansonsten geht's. Ja, das stimmt. Ansonsten geht's. Ja, und wir müssen die dann halt nur kommen lassen, ne? Äh, unsere Ärzte sind schon wieder tot, oder? Ja, ja, die holen wir dann gleich erst zurück, wenn wir soweit sind. Kurz bevor wir da einsteigen zu dem... Alles klar. Nicht? Bist du jetzt schon wieder hingelaufen, da? Oh nein, oh nein. Lauf doch! Boah, wie hältst du das alles aus, ey? Ich bin immer so instant fast tot. Dringend neue Rüstung. Wow. Wow. Ja, das waren wieder ein paar Viecher, ey. Oh, ein Schlüssel. Erstmal mitnehmen. Oh, warte noch. Ich lass mal kommen. Mann, lass mich einfach so lange reinfallen, bis wir tot sind. Ich lass mich einfach so lange rein. Oh nein. Mann, ich muss das so... Bist du? Anh war mal. Nicht das Richtige, du. Ne, da fehlt noch irgendwie was. Oh nein. Oh, zurück, 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 zurück. Ach, meine Angriffe gehen wieder irgendwo hin, aber nicht da muss ich sein. Ich bin überladen. Hm. Hm. Ich glaube nicht, dass sie dann auch so Leder gehen und deine sind ja Kettenstiegel bereits. Was bringt die Maske? Verteidigung 11. Wofür ist die Maske? Mal kurz Tränke kaufen. Heilung? Welche Maske? Ich habe eine Maske bekommen. Verteidigung 11, Heilbarkeit. Oh. Nö, ich stecke dann. Keine Ahnung, was das ist. Ich kann sie auch nirgends... Doch, im Kopf kann ich sie theoretisch hinpacken. Braucht glaube ich nicht, oder? Hm, nö. Das Set-Teil ist besser. So, ich brauche Heilungstränke. Heilung, 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 Heilung. Jetzt sind wir dabei. So, nein. Jetzt. Wir lieben schon mal unsere Freundin wieder. Ja, mach mal. So. Wer da? So, man lebt auf wieder. Lass mich zuerst durch, ne? Ja, klar. Warte. So. So, ich durch? Ja, ja, klar. Du hast gesagt, was wartet. Ne, ich warte, meinte. Ach so. Warte. Warte. Deine Stimmen mit Absicht, oder? Ja? Deine. Die Stimmen mit Absichtumfeuer. Ja, ich weiß auch nicht, was mit dir kaputt ist, ey. Zivilstern. Oh, pass auf, pass auf, pass auf. Wie der Sack hast du hier, ey. Oh, 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 oh. Wenn du durchgehend gebreitert werden, wäre das echt geiler, ne? Hm. Aber wenn irgendwie in der Tür gekämpft wird, bin ich sinnlos. Wobei die ganzen Fähigkeiten in der Tür hängen bleiben. Oh, weg, 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 weg. So. Ah, super. Einheitsverkehrt hier. Komplettverkehrte Ecke. Einmal hier. Durchgepostet. Ah, wie immer halt, ne? Ja. Ach nee, ich muss da rum. So, jetzt gehen wir einmal nach unten, oder? Joa. Okay, das fand ich. Oh nein, oh nein. Hm, nö, nichts. Geht's auch nicht weiter, super. Mal auf, hier geht's hoch. Da waren wir auch schon. Und dann nach rechts. Ja. Also hier erst mal rechts lang, und dann... Und dann gleich gehen wir über rein. Ah, jetzt bringt uns noch ein bisschen was. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ja. Boah. Boah. Ist sie gut? Boah. Nice. 18 bis 43. Boah. Die ist gut. Das lohnt sich, ja. Die ist gut, ey. Krass. Guck dir mal an. Wie grün, die leuchtet. Warte, ich seh nicht. Komm mal rüber. Nett. Joa, doch. Geht, ne? Jetzt will ich auch so ein Ding haben. Los, gib mir auch sowas. Ich werde es mit... Äh, ich werde es vergelten. Oh. Es ist Party Time. Ah, ne, schon wieder. Oh. Es ist Party Time. Oh, ne, schon wieder. Okay. Was war der? Oh. Kannst du überhaupt was jetzt jetzt zu zertreten? Ist es sicher so falsch, nicht? Ja. Okay. Ha. Geht doch da durch. So. Natürlich ist es wieder der letzte Weg. Mit unserem Glück. Echt? Sag's es. Es ist wirklich Glück. So. Oh, wir lernen alles durchforstet, hör. Nicht schlecht. Wir wollen natürlich mit Levin. Wir haben nichts anderes im Kopf gehabt. Mhm. Warte. Hier ist ein Ringtanzer. Warte. Teilion 47, warum ist das golden? Warum ist das golden? Keine Ahnung. Also wahrscheinlich ein paar magische Fähigkeiten, ne, dann ist es immer ein bisschen. Ich identifizier das einfach mal. Ja, mach klar. Ah. Haltbarkeit. Plus 10, schnellere Erholung nach Treffer. Plus 4 zum Mana. Blitzwiderstand, plus 5. Feuerwiderstand, plus 7. Ok. 2. 2. 1. 14. 1. 1. 1. 2. 3. 2. 3. Bist du tot? Nee. Nee. Du bist denn lang gelaufen? Hä? Schneid mal ein Riesen... Was zum Henker? Wie bist du hier durchgekommen? Bin doch gar nicht da. Ich bin nach oben gegangen. Du bist nach unten, äh, zur Seite gegangen. Ich glaube, du bist ja immer im grausen Kreis gelaufen. Nee. So. Ich kann nicht noch mehr fahren. Ey, jetzt gibt's nicht. Hier ist es, hier, hier ist es. Oh, schau. Wir haben es. Okay. Ich nehme mal hier einen Hightrank mit. Hast du noch den Stab? Irgend Stab. Zum reinstecken? Ach nee, brauchen wir gar nicht. Scheibenkleister! Du bist reingegangen? Soll ich mitkommen oder nicht? Hallo? Alles gut. Ja, komm rein, komm rein. Ich hab ihn bereits total offen. Baller los, baller los. Boah, hält ja was aus. Boah, hält ja was aus. Ich muss durch, ich hab keine Tränke mehr. Ja, lauf! Wieso schießt sie denn? Wie kann sie so doof sein? Oh. Au. Okay, ich bin wieder tot. Ey, ich klicke nach rechts und was macht sie? Sie greift da an. Ach man, ey. Die Steuerung ist doch scheiße. Man muss angreifen und laufen alles auf der gleichen Taste. Was ist denn der Dreck? Geht. Warte, ich verkaufe noch ein paar Sachen. Seid gesegnet. Handel. Hast du mehr als genug von den Halträngen? Also wirklich mehr als genug? Ja, ich hab genug. Du musst als erstes durch und dann lauf sofort weg, ne? Bereit? Ach, warte. Ich hab ja gar nichts. Ja. Na toll. Was zum Lauf? Alter Schwede. Wieso hat er dich diesmal so schnell gekillt? Weiß ich nicht. Das hat mich jetzt auch gewundert. Eben gerade hat mich super viel ausgehalten. Ich bin sofort wieder da. Ja, warte, warte, warte. Oh nein. Jetzt. Bist du drin oder wie? Geh doch. Danke. Ich weiß nicht, was jetzt auf einmal los ist. Also jetzt bekomme ich von ihm richtig eingeschenkt. Das ist eben so viel ausgehalten. Hast du dein Ring noch? Mit der... Alles. Ich hab alles. Ich hab alles noch gehabt. Ich hab alles so wie eben gerade und... Haben wir einen D-Buff, weil wir gestorben sind? Ich... Ne, ne? Ich weiß nicht, was soll ich dir nicht sagen. Eigentlich... Wir lass die, äh... Unsere Knechte jetzt wiederholen, damit die ablenken. Ja. Ich glaub, das ist ganz gut. Bevor wir hier sind aussterben, können wir das Gold auch dafür ausgeben. So, ich hab sie wieder angeheuert. Ups. So, Betränke nachlegen. Mach dein Ring voll, ne? Ja, klar. Dein Gürtel. Ja, ja. So, aber bevor wir hier angehen, würde ich nochmal den Part wenden wollen. So. Juh. Da sind auch schwache... Ach, ne. Gleich halt dein Gebrauchstum nicht, ne? Ne, ne. Na gut, dann machen wir hier erstmal Schluss heute. Wir werden versuchen, diesen komischen Typen diesmal Platz zu kriegen. Irgendwie. Auch wenn der Platz wieder stark ist. Und, äh... Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.